Wo ist denn meine Brille? Aua! Oh, Entschuldigung! Ach, mir ist nichts passiert. Hier in Amerika lebt man ganz schön gefährlich. Wir sind aber in China. Oh, das liegt daran, dass ich meine Brille nicht finde. Als Entschuldigung helfe ich dir beim Suchen. Das ist aber nett. Danke! Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Oh, Entschuldigung! Das war's dann wohl. Dieses Jahr gibt es keine Geschenke. Wenn ich nichts sehe, kann ich auch nicht fliegen. Na, dann bekommst du halt eben alle Geschenke. Ist es deine Brille? Stimmt, da habe ich sie. Das mache ich immer, damit ich sie nicht verliere. Juhu! Das ist für dich! Danke, Weihnachtsmann! Okay. Einer Be Du kannst mir egal und LawA нем erzählen. Du kannst mir den Fun. Untertitelung des ZDF, 2020